Zurück nach Rheinland-Pfalz. Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen könnte auch künftig davon abhängen, ob sich ein Unternehmen für die Förderung von Frauen einsetzt. Das geht nach Recherchen der Allgemeinen Zeitung Mainz und des SWR aus einem Entwurf für das Landesgleichstellungsgesetz hervor. Der Entwurf kommt aus dem grünen Frauenministerium. Von Seiten des Koalitionspartners SPD wird der Vorschlag allerdings zurückgewiesen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Gut kündigte an, der Entwurf werde nicht die Zustimmung seiner Fraktion finden. Wer momentan dringend auf einen Brief oder ein Paket wartet, braucht Geduld. Durch den Streik der Postmitarbeiter kann es zurzeit zu einigen Verspätungen kommen. Wir haben uns in Ludwigshafen umgehört, um herauszufinden, worum es den Postlern neben einer einheitlichen Bezahlung noch geht. Angeblich setzt die Post AG ihre befristeten Mitarbeiter unter Druck. Zur neu gegründeten Billiglohntochter DHL Delivery zu wechseln.